Musik So jo, was geht ab und herzlich willkommen hier auf Blays Kanal. Moin, ich bin Stylis und Blay hat mich gefragt, ob ich einen Commentary auf seinem Kanal hochladen möchte. Und solange man Subs gehen kann, mache ich natürlich alles. Genau. Nicht Spaß, Leute, auf jeden Fall. Ich bin Stylis, aka der Pianist und komme aus der Schweiz und mache heute ein Commentary für Blays Kanal. Und bevor ich anfange, im Hinruhen seht ihr eine 89 Sekunden Deatomizer von Blay. Er spielt ein unermal gutes Gameplay. Lasst auf jeden Fall ein Like schon mal dafür da. Und jetzt labbe ich nicht weiter drum rum, weil ich habe sehr wenig Zeit und ich muss noch ein paar Infos raushauen in Sachen Blay und seinen Stand auf YouTube. Und zwar hier auf diesem Kanal werden noch circa 1 bis 2 IW Gameplays folgen, da Blay keine Gameplays mehr hat, weil er einfach schlecht ist. Und er denkt, dass er bei World War 2 einfach die Gameplays wieder raus scheppert, was eigentlich unglaubwürdig ist. Aber lassen wir das mal links liegen, okay, Leute. Aber jetzt Schluss mit den schlechten Nachrichten. Und zwar wird Blay weiterhin Edits hochladen. Auf jeden Fall, wenn ihr auf Edits steht, dann lasst einfach ein Like da und aktiviert die Glocke, damit ihr auf jeden Fall die 30 bis 1 Minute Befriedigung von irgendwelchen komischen Edits namens, Vilos oder keine Ahnung verpasst, Leute. Naja, Leute, das war es eigentlich mit dem kurzen Video. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst einfach ein Like da. Wenn euch mein Kommentierungsstil irgendwie gefällt, dann könnt ihr auch bei mir vorbeischauen, müsst ihr aber nicht. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage ein Comeback machen, wenn ihr drauf steht, wenn ihr irgendwie eine Frage für Sefer Q oder da oder so da... Dann könnt ihr das auf jeden Fall bei mir machen, ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen. Und ja, Leute, und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einfach ein Like und Abo da, schreibt einen schönen Kommentar. Ja, und dann sage ich nur noch, bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss, play NS, moi.